Geschenk, gönn! Was Gutes! Was für PEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATTT TiGA! So im Bruch dicka formulae. Oh like 100 00 00 00äng!" So im Bruch gerade! SECRETETE T finish! La fa fa eff! cet t gerEveryone parant arterallye haaaaah ooohh duers und ciao meine freunde was geht ab willkommen zu einem neuen video ich zeige euch jetzt wie man mario kart spielt genau das ist es tatsächlich ich hörte der spruch war so gut jetzt passt auf gespiegelt warum fahren wir gespiegelt hab doch nicht das ist gespiegelt glaube ich das ist sowas von gespiegelt warum falsch gespiegelte sachen kommen ja gar nicht drauf klar gerade ich bin im trümmer bruch was wir gespiegelt ich bin die tour die tour ich bin die piste noch nie in mein leben gespiegelt gefahren noch nie ja guck mal schon aus reflex nach ball gedreht gespiegelt ist eine katastrophe ist wirklich eine katastrophe komme ich grad gar nicht drauf klar gar nicht hallo entspannt mario kart spielen wer das gedacht jetzt jetzt ja scheiß auf rakete muss da muss rein ah Die zweite Runde war besser als die dritte, yalla. Ey, meine Dings wurden geklaut. Er hat mir... Boah, leck mich doch am Arsch. Geschenk, gönn, was gut ist. Was für Pist und der Lose durch. So im Bruch, Digga. Oh mein Gott, so im Bruch gerade, Digga. Oh mein Gott. Ich zeige euch jetzt, wie man Mario Kart spielt. Oh mein Gott. Digga. Junge, ne, gespiegelt komme ich nicht drauf klar. Ne, geht gar nicht. Ich fahre kein gespiegelt. Zu hart. Davon war ich noch zu selten. Mario Kart. Ich fahre kein gespiegelt.